Selbstliebe Selbstliebe ist das schönste Geschenk, das du dir selbst machen kannst. Du bist der Mensch, mit dem du dein Leben lang zusammen sein wirst. Und deswegen lohnt es sich, in die Selbstliebe zu investieren. Ich gehe davon aus, dass jeder Mensch Selbstliebe in sich trägt. Vielleicht ist sie etwas verschütt gegangen oder in den Hintergrund geraten. Aber ich bin mir sicher, auch du hast das Potenzial zur Selbstliebe. Und dieser Kurs unterstützt dich dabei, die Selbstliebe wachsen zu lassen. Sie mehr und mehr zu spüren, jeden Tag in deinem Alltag. Sie bringt dich dazu, einen stärkeren Bezug zu deiner Intuition zu haben. Du wirst einen Handwerkskoffer an Übungen am Ende des Kurses haben, mit dem du, wenn du gerade nicht so die spüren kannst, die Selbstliebe, dich wieder mit ihr verbinden kannst. Und dein Selbstbewusstsein wird wachsen. Und du hast einen leichteren, angenehmeren Kontakt mit anderen Menschen. 30 Tage lang wirst du jeden Tag ein Impulsvideo erhalten, wo ich ein bestimmtes Thema anspreche, das mit der Selbstliebe zu tun hat. Und jeden Tag wirst du ein Übungsvideo erhalten, wo du eine Übung, einen Auftrag erhältst, was du an diesem Tag machen sollst, weil die Selbstliebe wächst durch praktisches Tun, durch Anwenden. Und es ist ein Intensivkurs. Deshalb möchte ich ehrlicherweise zu dir sagen, dass du wahrscheinlich auch an Punkte kommen wirst, die schwer sind, die schmerzhaft sind. Ja, wenn es so um Themen geht wie Selbsthass, Selbstverletzung. Der innere Kritiker, der in deinem Kopf immer sagt, du bist nicht gut genug. Und an diesen Themen würdest du vielleicht alleine ausweichen. Und ich werde dich Schritt für Schritt dadurch begleiten. Und du musst da nicht alleine durch. Ich habe in diesem Kurs 20 Jahre meines eigenen Selbstliebeweges die Erfahrungen reingepackt und auch die Erfahrungen aus meiner Praxis mit Klientinnen und Klienten über viele Jahre. So oft ist das Selbstliebe das Thema gewesen. Deswegen habe ich auch diesen Kurs gemacht, weil ich gemerkt habe, das bewegt die Menschen. Ich freue mich darauf, dich auf dieser Reise zu begleiten und wünsche dir von Herzen, dass du dich geliebt fühlst. Und am besten. Okay. 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 So. Okay. Okay. So. Okay. 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 atlant.